Hallo meine Pokefreundinnen und Pukenenten, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Äh, ich bin gerade vergiftet. Was ist, wenn ich dich jetzt schlage? Nein, dann sterbe ich. Ich habe nur noch ein Herz und bin vergiftet worden, weil ich habe drei Hexen. Also da waren drei Hexen, ich habe ein halbes Herz. Nach einem halben Herzen klappt man nicht mehr. Ja, ich habe nur noch vier Sekunden, das ist gut. Wir haben irgendwie rausgeschafft, das war richtig. Leute, ihr müsst es vorstellen, das waren so viele Monster, aber ich fühle mich mittlerweile so richtig brusthaft. Naja. Ey, man regeneriert auch, ja, man regeneriert nicht mehr so schnell irgendwie. Drei Herzen, ich regeneriere nicht mehr, cool. Äh, Mike, komm mal runter eben. Und ich habe richtig viel Eisen, das tue ich jetzt alles botzsch. Und wo haben wir unsere Kohle? Da. Obwohl, nein, lass es mal Blöcke machen, da das verbraucht dann weniger. Ja. Komm mal eben runterkortig. Äh, gleich. Gleich. Ich bin jetzt aufgerufen. Äh, nö, ich spiel's erst mal in Minecraft. Äh, kannst du mir eben Dings geben? Was denn? Hast du da Essen reingetan irgendwo? Nein. Wieso, äh, Leon? Oh, gosh. Leute, ähm, ich muss jetzt eben auf die Auge schauen. Um 23 mal Schluss. Ja, wir nehmen so spät abends auf. Ich kann's halt, weil meine Eltern sind die ganze Nacht lang weg. Oh, und ich darf eigentlich die ganze Nacht aufbleiben. So gesehen, also immer wenn die Wechselkette war, dann ist das auch kein Geschwind, ne? Darf halt nicht so viel Strom verschwenden, so, ne? Schickt man ja. Was? Das ist doch verständlich. Leon, wie baut man deiner Beine nach ne Leine? Ich hab jetzt hier Schleimbälle. Wie baut man ne Leine, ne? Was, wie, was meinst du? Hast du Strings? Ich hab fünf Strings, ja. Ähm, also, du geh mal ein Crafting Table Menü, also mit dem Crafting Table. Ja. Gut. Dann gehst du, sieh, hast du oben rechts, ne? Ja, um rechts, was rein? Ein String. Okay. Dann darunter ein String? Ja. Dann halt wieder oben rechts, ah, nee, nicht um rechts, um links. Beides oben links. Also, du hast, wir starten jetzt in der Mitte, okay? Okay, machen wir alles nur mal davon. Okay, in der Mitte, ja? Was kommt denn in der Mitte? Ein Schleimball. Boom, ja. Dann links daneben ein Faden. Ja. Darüber ein Faden. Ja. Rechts ein Faden. Ja. Und ganz unten rechts ein Faden. Okay, dann. Das war's. Nö. Möchtest du mal versuchen, hier? Ja, versuch du mal. Leider, wir hätten noch. Hier, ich geb dir alles. Warte, ich muss kurz wieder einlagern. Ich hab grad noch rechts. Ah, das muss ich denn herzen. Ja, und wir haben jetzt so viel Eisen. Ich mach jetzt erst mal nen Helm. Nö, ist mir egal, was du jetzt sagst, du sagst? Ja, könntest du mir auch ne Hose machen? Ja, mach ich. Zack. Bam, bam. Hab ich gemacht. Komm hier, ich schmeiß die Hose dahin. Essen haben wir eh keins mehr. Den Helm geh ich gleich verzaubern. Nehme ich das Ganze. Ja, sobald sie den Gäste haben. Ach, du kannst mir auch nen Helm machen, bitte. Oh, ja, okay. Das klappt doch, Mike. Hä? Hast du? Ja. Neun, zwei. Wie geht das? Wie hast du es gemacht? Schau mal, schau mal, schau mal. John? Okay, ich mach ihn. Gib mir das nochmal. John, schau mal. Das ist jetzt das Crafting Table, okay? Warte, äh. Das ist jetzt das Crafting... Okay. Ja, das ist das jetzt Crafting. So, was hast du worauf gelegt? String? Ja. String? Guck ich jetzt aus. Hier kommt der Schleimball. Ach, so ein Viereck. Dam, bam, bam, bam. Hä, was? Okay. Ganz komisch. So, einen tue ich in die Kiste, das ist für dich. Die andere ist meiner. Haben wir hier noch ein bisschen Eisen? Ich meine, wir hätten sogar schon mal allein gecrafted. Juna. Was? Meinst du? Okay, ich mach mir jetzt ein Diamantschwert. Nein, 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 stopp. Warte, bevor du irgendwas machst. Wie viele Dears haben wir? Fünf mit dem, den du hast. Stimmt, hier du Fürst Diamond. Mit dem machen wir... Äh, 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 also dann machen wir zwei Dearschwerter, meinst du? Denkst du, das ist gut? Ich fände es besser eine Dearspitze. Gut, nur, dann mach ich einen Plattenspieler. Dann mach ich Plattenspieler. Ja, kannst du gerne machen. Äh, ich fahre ihn im Holz. Ich hab was für dich, ich hab was für dich. Ja. Er hat's einfach gemacht! Nee, er verschwendet einfach. Hä, nein, die Diamantschwerter sind eigentlich relativ logisch. Hi Skelett, von dem ich keine Angst mehr habe, denn ich fühle mich bosshaft. Bam, bam. Komm, mehr. Leute, ein Speedtech. Richtiges Speedtech. Meine Skelett sind allgemein richtig strange geworden. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, äh, lol. Würde ich sagen, haben wir einen Bewohner. Ach, Leon, ich hab nur noch vier Herzen, kann ich mehr recken, ne? Ich hab selber kein Essen. Oh Gott, da oben auf unserem Berg, da ist ein Skelett mit Voll- äh, Goldrüstung. Und ich hab einfach gar nichts mehr. Denn, äh, Leon. Äh, hi. Hey, hi Zombie, wie geht's dir? Alles gut, Tom? Mikes neuer Freund. Ja, gleich wird er sterben. Mein erster Freund ist gestorben. Er brennt. Hat er verdient. Also ich hab einen Ambus. Leon, bitte gib mir Essen. Ich verhungere. Hol mir... Oh, geil, verrotetes Fleisch. Meine Re... Oh, ne, witzig, es ist jetzt. Das Ganze auf... Ich muss mich ja irgendwie regen können. Das heißt, der Zombie ist verbrannt. Oh, danke, dass du das Fleisch reingetan hast. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, fünf davon gehören mir. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen... Die Diasch mit Theum, Daniel. Kannst du nicht bringen. Okay, ich hab zwei Diamantschwert mit Fire Aspect gleich. Oh Gott, Leon, vielen Dank für diesen ganzen Scheiß. Ah, du hast ein Diaschwert verzei... Oh, nee, nee. Mach ich hab ich noch nicht, hab ich noch nicht. Mach ich jetzt. Ich brauch noch lapis dafür. Ich nehm jetzt ein Buch, damit ich keinen Scheiß mach. Mach doch erst mal ein Buch. Oh, wir müssen noch erst mal eins machen. Ja gut, nein, in der Kiste, in der Kiste müssen welche sein, das Fire Aspect. Hast du, hast du lapis? Zwölf, okay. Buch. Zack. Feuerschutz, Federvoll, Leon, ja, um Federvoll jetzt mal. Ich hab'n Diamantschwert mit Schärfe 2. Yo, läuft! Dornen! Leon, ich hab Dornen. Cool. Geh mein'n Buch, geh mein'n Buch. Nimm mich einfach alle Bücher, Leon. Das ist nicht cool, das ist uncool. Ein Buch möchte ich werden wieder haben. Kannst du mal, kannst du bitte? Dornen 2. Danke. Ich mach's mal kurz eintun. Also, ich hab'n es 3-Dia-Schwert. Schärfe 2 drauf gemacht. Ich hab'n 2-Dia-Schwert. Leute, es läuft bei mir. Zack, Leute. Und zack. Ein Vorteil hab' ich dir gegenüber sogar. Schärfe 2-Dia-Schwert macht jetzt insgesamt 8,5 Angriffs-Schaden. Und ich mach' für gleich über 10 Schaden. Letztes Buch. Verzaubern auf Rückstoß. Yeah, und Haltbarkeit. Yeah. Und meinen Helm verzaubern. Und wieso rede ich so komisch, Leute? Ich weiß es nicht. Dein Mike gleich dummst. Bitte was? Na toll, jetzt hab' ich Haltbarkeit auf meinem Helm. Hab' dir das ganze Rotten Flash genommen? Ja. Ich brauch' Essen, Digger. Ich muss regen. Ich hab' nur... Ich hab' nicht mehr so viel. Leon. Kann ich? Leon, was soll ich jetzt benutzen? Das Dierschwert oder mein Zerschnitzler? Aber du hast erstmal das Eisenschwert zu Ende. Stimmt. Du kannst es halt... Du kannst es mit einem Eisen-Ended am Amboss reparieren. Leon, nee, wir haben einfach gerade verrottet, dass es das Fleisch zum Regen. Geil. Hab' ich das gerade richtig ge... Leon, wo bist du gerade eigentlich? Leon, wo bist du eigentlich gerade? Äh, ich verzauber' gerade und mach' meinen Diamantschwert stärker. Leon, in den Ofen ist doch dein Essen, ne? Sagst du nicht? Fire Protection soll ich machen? Also, Feuerschutz. Worauf? Äh, Buch. Jo, dann gib mir. Power 2. Nee, ich spare für... Äh, obwohl... Damn, meißen Spitzsacke. Wie mein letztes Buch? Leon, in Minecraft Hardcore gibt's keinen Stein. Hast du unten im Keller einen Stein? Brauch' nicht viel. Knockback Unbreaking hast du hier. Rüstung. Leute, du hast hier unten Essen! Essen? Ja, nimm das da nicht raus. Ach so. Weh, du nimmst es aus den Kissen. Okay, hab' nichts gemacht. Es ist extra da drin. Okay, chill mal. Ich tue hier ein bisschen was rein. Und dann nehm' ich hier ein Stack raus. Wovon hast du ein Stack genommen? Ach so, Stein. Digga, Michael, fuck, da gibt's kein Stein. Da oben ist noch Dings, ne? Hast du rausgenommen? Ich brauch' aber... Gut, Leute. Dann machen wir uns eben ne Axt. Eigentlich mach ich das immer andersrum. Aber jetzt hab' ich's so rumgemacht, einfach weil ich's kann. Also, schnauze dort. Ich hab' Goldrüstung bekommen. Ist ja gerade jemand gestorben. Ist da oben noch dieses, äh, goldene Typ. Mike, wo bist du? Äh, hier oben. Hinter dir. Hinter dir! Hi. Guck mal, was ich anhabe. Oooooohhhhhh. What a dose! Hat das Filet gedroppt. Ach so, jetzt hast du bekämpft? Ja. Ja, äh, Leute. Lektes Folge gehen wir dann wieder in Never. War schön wahrscheinlich. Ja, und was hab' ich gesagt? 23 Uhr machen wir Schluss, ne? Ja. Oder wollen wir dann auch ne vierte Folge hintereinander aufnehmen? Das machen halt euch. Ja! Leute, wir nehmen richtig viel vor auf. Also, weil, ich weiß nicht, wie was alles los ist. Ich muss mal ein bisschen weg von meinem Mikro gehen. Ich hab halt nämlich Angst, dass ich zu laut bin. Wacht, wacht. Ja. Ja. Hier bin ich übrigens, äh, hingerannt und hab da ganz viele Tiere getötet in der Einfolge, wo ich gesagt hab', dass es sich aufgenommen hat. Mal schauen, wie Leons, ähm, Hühnerfarm so aussieht. Ach, ein bisschen, ein bisschen leer, würde ich mal sagen. Ja, du musst dich mal ein bisschen mehr hier kümmern. Ähm, dann würde ich sagen, platzieren wir hier mal was. Das können wir einfach mal machen. Hier können wir uns, okay, können wir uns einfach mal gönnen hier, äh, wo einfach, ähm. Und wie viel brauchen wir, warte, für Never, äh, Brother, eins, zwei, drei, vier. So, dann haben wir hier, oder wartet, Leute. Boom. Sieht doch cool aus, oder? Und den Rest, den stapeln wir hier für den Rüder. Damit zerstören wir dann auch unsere Welt. Oh Gott. Okay, hi. Hi. Ich hab nix gemacht, gar nix mit dem ganzen Soul Sand, nein, nichts. Hab da, Leon, Leon, vor dem Haus. Was? Da, da, Leon, ich hab da nichts schon mal vorgebaut für, du weißt schon, nein. Ähm, den würde ich sowieso nicht in der Nähe des Hauses machen. Ach, den werden wir eh nicht schaffen, würde ich wahrscheinlich nicht mehr zu ihm kommen. Ach, ich bin jetzt heute nach dem Endboss. Da, oh, scheiße. Leuchten ihm nur zwei Schaden? Oh, also zwei Herzen nur. Normalerweise würde ich da vielleicht fünf oder so ein Wickel verlieren. Hab ich jetzt voll erschrocken. Wissen doch, meine erste Überlegung, die mich da reingefallen bin. Vergleich dich mal mit dieser. Wo bist du denn? Äh, ich, ich, ich hab keine Häume, Häume ab, genau. Ne, weiß nicht, was ich mach? Kein Bock jetzt auf Bäume abhacken. Ich baue mit einem Plattenspieler, Punkt, aus Mickey Mouse. Denkst du wirklich das so schlau, einen Plattenspieler zu bauen? Ja, Digga, ne, nur einfach muss... Leute, wir hören richtig geile Katmusik. Du wolltest dann erst mal eine Schallplatte, ne? Habe ich? Kat? Aus dem Dungeon? Leute, ich verschwende so einen First Diamond. Boom. Habe ich gemacht, Leon. Ist mir zu geil. Den stelle ich dahin. Leon, komm eben her. Ich kann, ich kann Atmung auf meinen Dings, das heißt, ich kann länger tauchen. Ja, das ist richtig cool. Leon, bist du bereit, die erste richtig freshe Musik von der, von der Dope Squad? Kommst du? Das heißt Dope Aura. Egal. Okay, drei, zwei, eins. Okay, warte, warte. Gib her, gib her. Nein, gib her, gib her. Ich muss, ähm, ich glaube, meine Stellung, äh, äh, Musiken, Geräusche. Musikblöcke, blöcke nicht, nein, ähm, wo macht man das? Ist es doch Musikblöcke? Ich mache einfach einen Monat. Gib her, gib her, bitte. Nein, gib her. Nein, nicht mehr das machen. Boah, Leon, du bist... Danke. Okay, okay. Ich mache erst mal meinen, ähm, ganzen Ton, Musiken, Geräusche. Auf... 70. Ich singe ein, zwei, und der... Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Was, Leon? Ich und mein Holz. Alter, mit deinem Fake, das ist einfach, das... What are those? Ich seh mich langsam aber sicher an. Oh, Mann, Leon, du Spaßverderber. Das ist nicht, das ist nicht so scheiße, ne? War der Untertitel? Schon da gerade... Leute, was ist das denn? Was denn? Ich hab Untertitel angemacht. Jetzt seh ich Schritte und Ofen knistern. Portal rauscht. Ich höre, ich seh unten Schritte. Also, also, nicht Schritte, sondern... Geil, Leon. No, das wusste ich gar nicht. Leon, gib mir bitte meine... CD wieder. Das ist, das ist meine erste Platte, ja? Das kommt dann demnächst auf Mike Wieselsamen raus. Jetzt gibt er die Platte nicht mal. Gib her! Ich lasse sie nicht mehr raus. Warte kurz. So, Leute, dann haben wir ein bisschen, ähm... Einfach so richtig sinnlos. Unsere letzten Diamanten verschwendet. Egal, Leute. Ey, Leute, schießt... Egal, schießt... Wofür wir das haben? Das weiß ich immer noch nicht. Können dann... Ey. Haben wir genug für Eisengolem? Warte, ich... Ich versuch's mal. Ich will schon mal, wie viele... Bis zu wie vielen, ähm... Eisenblöcken ich machen kann. Und das wird so geil, wenn das gehe. Wie viele kann ich machen? Eins. Wie viele braucht man? Ich glaub... Vier. Richtig? Verschwenden Eisen für den Golem. Aber so schlecht wäre das eigentlich gar nicht, oder? Ach so, an einem Kürbis. Och, Mann. Jann hat immer alles die Bits, damit ich die nicht nehm. Aber Leute, ich nehm die jetzt mal, okay? Aber sagt das Leon nicht. So. Gut. Dann würde ich sagen... Verschwenden für unser ganzes Eis ist einfach dafür. Ja, ich mein, wieso nicht? Ich mein, dann hätten wir jemanden, der unsere Stadt beschützt, ne? Oder Leon? Sollen wir das machen? Okay, dann wieder da. Leon, sollen wir das machen, was ich hier gerade aufbaue? Was machst du denn? Sollen wir? Sollen wir? Nein! Wär doch ganz cool. Ich weiß, weil ich höre mich gerade alles, wenn ich auf Quack... Die Eisenblöcke sind nie wieder. Nein, die gibst du mir her! Okay, dann... Was ist das für diese Folge? Nein, warte. Der Kürbis ist eingesperrt. Warte, warte. Warte, warte. Das ist der heilige Kürbisman. Leon, das ist die heilige Statte vom Kürbisman, ja? Schau dir das mal an, das ist eigentlich richtig cool. Was? Hatte ich kommt? Die heilige Statte von Kürbisman. Das ist unser Gott. Das ist unser Minecraft-Gott hier. Das ist doch eigentlich ganz cool, oder nicht, Leute? Mein, äh, dein Kohlblock ist fast aufgebraucht. Mein Kohlblock... Ja, wir brauchen eh noch wieder Kohl. Schau mal da, Leon. Da müssen wir jetzt beten. So. An Rib, an Peter. Leon, eine... Nein, du hast unser Gott zerstört. Scam. Lass es sein. Wolle los. Willst du dich damit mal schlagen? Hauf. Ne, Leon, du hast unser Gott getötet. Ich werde dir jetzt wieder belegen. Jetzt lübte ich dich. Ne, Leon, ne? Mike, ich habe eine Frage. Wie viel Schaden macht das? Mach mal. Mach mal. Oh Gott, plus Verbrennung. Also ich habe jetzt drei Herzen wegbekommen. Also normalerweise macht das nur zwei weg, aber mit der Verbrennung jetzt gerade drei. Okay. Take das mal ein bisschen serious, okay? Okay, ich gehe. Wohin? Ich bin jetzt One-Hit mit meinem Bogen. Machst du jetzt One-Hit mit deinem Bogen? Gut, ich gehe jetzt in den Portal. Nein, nein, ich muss... Nein, Leute, ist mein Riebe nicht bescheuert. Also noch nicht. Hallo, Creeper, möchtest du explodieren? Macht mir nicht. Interessiert. Hey, Duda, was geht, my boy? My homie? Yo. War'n wir... Wollen wir... Wollen wir freunde werden. We're fresh? Ich bin Lowleon. Hey, wollen wir freunde sein? Okay, dann alter ich nicht. Möchten wir freunde... Ich hab... Ja, ich hab nur 5 vierzehn, ne? Hey, wollen wir freunde sein? Wollen wir freunde sein? Oh man, wieso will hier niemand mein Freund sein? Die sind alle voll gem... Oh scheiße, ein Herz Da gibt es zwei Herzen Okay, ich höre ja auch mit Spaß Oh Leon, 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 Leon Ein Herz, ich habe zwei Herzen Das passiert dann, Leute, wenn man sich cool fühlt Also, ich sind Ich habe eine Lederhose bekommen What a nose Achso, Mike, ab jetzt, wenn du irgendwelche Sachen findest, du die bitte hier einordnen Was machst du da? Wieso hast du den... Leon, wieso hast du den wieder abgebaut? Das ist nicht cool Ich habe nichts abgebaut Wieso ist denn unser Kürbis wieder weg? Keine Ahnung Das warst du, Leon Nein War ich halt nicht Creeper, Creeper bei uns Creeper bei uns Creeper bei uns Zwei Creeper bei... Oder sind ihr mich... Warte Wow, 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 люди, ich würde sagen, wir verenden, lieber Folge Leon tötet. Hinter ihm ist ein Zombie, welches er wieder mal tötet. Hinten kommt wahrscheinlich noch mal der Creeper, der mich verfolgt hat. Da hinten sind zwei Creeper bei Leons Stall. Mal schauen, ob der dich töten wird. Hinten ist auch noch mal einer. Mein Stehmann! Leon wird gerade von einem Creeper anvisiert und der Creeper geht gerade zu Leon. Ich werde ihm nur ein bisschen helfen, denn sonst alleine schafft er es nicht. Leon! Leon, hinter dir! Hinter dir! Nein! 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 Das ist gerade nicht! Nein! 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 Leute, ich glaube, ich beende lieber mal eben die schnell die Folge, weil das eskeliert, das eskeliert hier richtig quickly. Das eskeliert sehr quickly. Das ist eskeliert sehr quickly. Ich würde sagen, Leute, haut rein. Wer es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung an. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Oh, oh, nichts zu verpassen. Und einfach die Glocke drücken oder aktivieren. Ich werde jetzt erstmal reden, ja. Leon ist mir jetzt egal, ob das stimmt, ist mir jetzt egal, ne. Haut rein und tschüss!